Herzlich Willkommen bei mir auf dem Kanal, herzlich Willkommen bei Aeros Mania, heute ist es wieder soweit, wir haben Mittwoch und natürlich wieder eine Kiste gespielt, allerdings wieder nur mit dem Schurken. Ja, ihr hört richtig, nur mit dem Schurken. Der hat derzeit ein Item Level von 215, wir könnten auf 216 pushen, wir haben das Legendary komplett ausgebaut auf die vierte Stufe, das heißt, wenn der Content Patch kommt am Ende des Monats, sind wir mit der Ruhmstufe und mit dem Legendary erstmal soweit fertig, damit wir direkt wieder nahtlos vorwärts gehen können und da anschließen können, wo wir mit dem Schamanen aufgehört haben, das ist sehr gut. Ansonsten gibt es natürlich noch eine Menge Nachholbedarf, gerade bei den Twinkets und bei den Waffen, also eine haben wir jetzt schon auf 226 und eine auf 187. Ich hoffe, dass wir jetzt eine Waffe rausziehen, Beute Spezialisierung checken wir, ich drücke euch auf jeden Fall auch viel die Daumen, damit ihr einen vernünftigen Loot rausholt aus der Kiste und wir gucken mal, eine Hose auf Tempo Mastery in Tempo Versa auf 226, hier tauscht gegen 200, nehmen wir mit. Ihr seht, das ist alles ein Push, da kann man eigentlich nichts falsch machen, schon haben wir 217, das ist sehr schön. Wir nähern uns langsam wieder der 220, der Damage ist auch wieder ein bisschen besser geworden, habe ich gestern mal geguckt, durch die neue Offend, die habe ich ersetzt für 184 gegen 187, das heißt, da kommt schon wieder der ein oder andere Schadenspunkt mehr bei rum. Das ist ganz cool, macht Spaß, ist geil, ich kannte nie, dass das Schokospielen so intensiv lustig ist, aber doch, ja, kann man ruhig sagen, ist interessant. Ich hoffe, euer Loot ist mindestens genauso gut ausgefallen wie meiner, ich hoffe, ihr bleibt mir weiterhin treu, denn denkt dran, es gibt demnächst ein Special, ich erwähne es jetzt hier nochmal, und bei 2000 Abos ergibt es die beste Loot-Verteilung out of game, also im Real Life, für euch, macht mit, ihr dürft das gerne weiter teilen, ihr dürft gerne daran teilnehmen, es gibt keine großartigen Bestimmungen oder Mitgliedschaften, die ihr quasi dafür haben oder tätigen müsst, das ist alles blafasel, das machen wir nicht, wir machen einfach Abo, Abo-Special, Daumen nach oben, und dann machen wir die Loot-Verteilung. Ich freue mich wahnsinnig doll drauf, ich teste das neue System gerade durch, nochmal in diesem Sinne, vielen lieben Dank an Alex, dass du uns da supportet hast, dass du da mitgemacht hast, damit wir die alten Hardware-Komponenten von dir, samt Monitor, Tastatur, Maus und Co. übernehmen dürfen, und dann würde ich sagen, wartet für heute schon wieder, bleibt mir treu, wir sehen uns demnächst wieder, ciao Bella, denkt an, der Content-Patch kommt bald, yeah, ciao, ciao.